Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der Tiny Tina Kampagne. Wir müssen die dritte Geekfrage finden, nicht wahr? Ja, hallo liebe Kirby-Fans, genauso sieht's aus. Ja, ich danke den ein bis zwei Leuten, die jetzt EA besuchen. Wenn es die überhaupt gibt. Die gibt's bestimmt, ganz bestimmt. Pena. Ich gehöre dazu. Oh, wie nett. Gut, dass ich das jetzt für immer als Aufnahme habe. Als Beweis. Genau. Beweismittel A. Wo bist du denn gerade abgestürzt? Achso, hier geht's durch die Treppe. Ich bin hier runtergelaufen. Das sah aber ganz schön gefährlich aus gerade. Aber wir sind auf der falschen Seite, wir müssen nach rechts, darüber, auf die andere Treppe runter, dahin. Hier. 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 Da muss man... Am Hebel drehen. Ganz genau. Ah, da kommen wir. Das sind nur Fledermäuse, die machen nix. In der 23. Folge der 15. Saison der Bluebox Adventures, wie lautet der Name des Schiffes, das die Bluebox entführt? Ich weiß es nicht. Oh, so ein Pech-Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Geek. Macht ihn traurig. Gebt mir mal ab. Wir haben übrigens... Wir haben übrigens wieder unseren Skillpunkt nicht ausgegeben. Ja. Weil das Spiel einfach so Spaß macht. Vergiss man sowas schnell mal. Wer hat denn hier versucht, sich aufzuhängen? Es tut mir leid. Klar kannst du mitspielen. Du kannst in der Stadt Nebenquests geben oder so. Au ja! Au ja! Nebenquests, yeah! Wo lauf ich eigentlich hin? Wahrscheinlich zur Taverne. So. Was Grog angeht, bin ich ja gut versorgt. Okay. Das war nur der halbe Titel der Taverne. Ähm. So, ich... Ah, da bist ja schon. So. Inklusivität. Ihr seid echt die Besten! So habe ich meine Mama, Mr. Talk, getauft haben. Der hat ja noch eine Aufgabe. Dein Vorname ist Mr. Talk? Und dein Nachname? Flexington! Genau, Oma Flexington. Wir kennen sie alle noch. Aus... Aus dem unsagbar... langweiligen... Video mit Oma Flexington. Das war der schlimmste Horror. Ähm. Mr. Talk ist auch irgendwie ein blöder Vorname. Okay, also die nächste Aufgabe ist... Level 52 VHLFG. Bring ein Präzisionsgewehr mit. Hm-hm. Keine Ahnung. Dumpfschlumpf? Der hat Dumpfschlumpf zu mir gehört. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Also dann schauen wir mal kurz auf die Quests. MMO, RPG, FPS. Achso. Wo müssen wir denn dafür hin? Geh zum Schlupfwinkel des Monsters. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt wohl mal in den Wald, he? Ja, genau. Also wir haben jetzt die nächsten Aufgaben im Wald. Die anderen hier in... Flamerock Refuge sind erledigt, ja. Ja, wobei jetzt ist dieses Immortal Woods. Einmal Lunge Woods. Ja, weiter unten. The Forest. Das dürfte die nächste Map sein. Da haben wir auch die nächste Story Mission. Geh in den Wald. Und Ali in glänzender Rüstung. Würde ich sagen, dann gehen wir da mal hin. Alles klar. Müssen wir zum Torwichter rüber. Jawohl. Oh, da ist noch ein Kürbis. Was passiert denn eigentlich, wenn man alle hat? Ähm. Ja, genau. Wir werden es dann ziehen. So, Knochenbrecher. Skalett kaputt gemacht. Das ist einfach kaputt gegangen. Noch eins. Nur mal mehr. Nein, egal. Egal, ab in den Wald. Ab in den Wald. In den Feenwald. Der Wald. Auch das sieht ja schön aus. Wir sind wie bei Herr der Ringe. Ja. Wir sind immer noch mit einem Rollenspiel. Mit einem Rollenspiel beschäftigt. Der Stille. The Forest of Tranquility. Langweilig. Langweilig. Da ist was dran. Oh nein, es ist gar nicht mehr so schön. Iiii. Mist, jetzt muss ich mir einen besseren Namen für den Wald ausdenken. Also ich glaube, hier sind am Anfang Feuerwaffen ganz effektiv. Weil da kommen, da greifen Baumstämme an, wenn mich nicht alles täuscht. Feuerwaffen. Dann muss ich aber erst mal mein Inventar durchstubern, ob ich Feuerwaffen habe. Ich habe eine Sniper Rifle. So. Mit Feuerschaden. Da greift schon der erste an, oder? Ich weiß nicht. Doch, doch. Ja. Der hält aber auch wieder einiges aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das? Was ist das? Was ist denn das für Blumen? Hilfe. Die gehen, die gehen hoch, wenn man da nicht aufpasst. Geht man mit hoch. Oh. Heftig. Boah. Ja, und die machen es einem nicht leicht hier. Wow. Nee. Die schon. Stümpfchen. Oh, wie putzig. Aber auch bloß Feuerholz. Was ist denn eigentlich noch mal diese Bäume bei Herderie? Trennt's. Ja, genau. So wie die großen hier. Die brennen gut. Wie zunder. Okay. Finde die Königin. Da vorne liegt eine Spur. Ich glaube, dass da der erste Hinweis wäre. Da ist ein Edelstein auf dem Boden. Hier. Dann sollten wir den Edelstein folgen. Sie führen uns direkt zu ihr. Da. Genau, wie unser Lillipüppchen sagt. Immer schön die Hauptstraße lang und alles ist cool. Da müsste es gehen. Okay. Dieser Wald ist aus den Leichen meiner Falten hergewachsen. Ist das nicht arschgeil? Wenn ich euch töte, wächst vielleicht ein Fahnen aus euch oder so. Handsome Hexer. Der Jack darf also auch mitspielen. Ist ja lustig. Ja, und ähm... Bei... Bei dem Pre-Siegware hilft man dem ja. Zum Aufstieg zum Handsome Hexer. Ja. Man unterstützt den ja bei der Geschichte. Da fährt man dann... Wie es dazu kam, dass er zum Handsome Hexer wurde. Auch nicht so schlecht. Okay, da haben wir den nächsten Hinweis. Was sind denn jetzt hier für komische Häufchen? Das hat die... Äh... Königin fallen lassen. Das sind unsere Hinweise. Fallen lassen, vor allem. Ja. Ja, wenn man weiß... Äh... Wie die Königin aussieht, dann weiß man warum... Die das fallen, das... Okay. Ich bin gespannt. Ja, das dauert aber bis zum Schluss. Ich will aber nicht drin rum. Die Fänen kann man fangen. Nein, die geben einen Boni. Leben oder Speed Buffs. Wie fängt man die denn? Mit X, wenn sie neben einem sind. Das wird kompliziert, die haut ja immer ab. Naja, die lässt sich nicht... Nicht gerne fangen. Okay, ne. Wusch. Aber ich hab grad eine gefangen, glaub ich. Hm. Okay, da vorne geht's weiter. Sollen wir jetzt bei der Hauptquest bleiben oder nach der Alley-Quest gucken? Ähm... Wir können auch erstmal so weitermachen, ne? Ja, machen wir jetzt weiter. Okay. Schauen wir mal da unten. Das ist wieder eine Spur... Nebenfahrt erkunden. Sollen wir das mal machen? Also macht das schon. Ja, hier drüben. Ähm... Wo wollt ihr hin? Wir gehen auf Erkundungstour. Da liegt auch... Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Old Glen, the Blacksons, Quatsch. Ich hab die Kämpfe nur für den Hauptpart des Spiels ausbalanciert und... Oh nein. Da liegt auch der... Das, was wir für... Für die... Für die... Okay, das ist ein bisschen zu heftig. Niemals, wird das funktionieren. Ha, wir sind weg. Jetzt haben wir es ausbalanciert. Jetzt haben wir... Die richtigen Balle ausgeschwunden. Was die Schwierigkeitsgrad angeht. Ja, was ich sagen wollte, da vorne liegt dann auch der Questgegenstand, den wir für die Alley brauchen. Ah, perfekt. Die Rüstung. Genau. Ja, wir wissen, ob wir die zu zweit tragen können. Wir werden es gleich ausfüllen. Medi! Medi! Hier haben die Milizen ihre Rüstungen geschmiedet, bevor der Hexer sie alle in Skelette verwandelt hat. Hoppla, was hat mich da erwischt? Hier sind wir, was in meiner Größe da haben. Wer ist das denn? Ich will den Gegner nicht. Ja, das ist die Fee, die man da sieht. Ja. Aber da, der... Ah, da hinten ist noch ein Baum. Da schiebt der... Der Strap auf. Okay. Ich habe jetzt der Egg nicht zugehört. Was von mir? Hier, diesen Baum kloppen. Kloppen. Ja, dann fällt was von oben runter. Da. BH. Ja, okay. Sind wir eine weniger scheußliche, sexistische Rüstung? Können wir den jetzt nicht mitnehmen? Das ist aber gemein. Ja, du musst erst die andere hier noch aufsammeln und dann kann man sich entscheiden, welche man für Ali mitnimmt, die sie dann auch trägt. So viele Waffen. Level 30 Waffen. Mal kurz ins Inventar schauen. Mal gucken. Äh, ne. War gar nicht so gut. Ja, okay. Besser wie meine... Feuerwaffe auf jeden Fall. Aber egal. Ja, nimmst du die mit? Ja, eine habe ich mitgenommen, ja. Nimm noch eine zum Verkaufen. So. Also, hier gibt es dann... ...das andere Rüstungsteil. So, eh, dann nimm ich die halt so. So, ich. So stelle ich mir das vor. Sperrig, wehrhaft und 100 pro Badass. Ihr habt die Wahl, meine Süßen. Bringt ihr Ali die sperrige Rüstung oder nehmt ihr lieber den Busenwunderblech-Bikini? Ja, du hast dich, glaube ich, letztes Mal für den Bikini entschieden, ne? Weil ich mich recht erinnere. Das musste ich ja natürlich. Ja. Ich wollte unbedingt sehen, wie das aussieht. Ja, das, das, das hat ihr ja jetzt schon gesehen. Ich nehme jetzt die sperrige Rüstung. Okay. Ich nehme ein Bikini für mich mit. Busenwunderblech-Bikini. Okay, dann hätten wir das ja erledigt. Wunderbar, dann können wir ja mit der Story-Mission weitermachen. Perfekt. Was ist denn für eine tolle Kiste? Eine Würfelkiste. Ja, wenn du hochwürfest, kommen, glaube ich, ganz gute Sachen raus. Drei. Oh Gott, was soll das denn? Das ist ja furchtbar. So. Wo bist du denn schon wieder? Schon ein bisschen weiter vorne. Da hat es nämlich auch noch was zum Aufmachen. Hier geht die Kürbisse nicht kaputt. Das ist ja lustig. Woa, hier habe ich halt angeguckt. Ein Trent. Der Brent. Der liegt auf Medi. Was für eine Action. Es ist gut zu warten, ob ich die Waffe brauche. Mal gucken, mal die Shotgun ausrüsten und mal schauen, ob die ein Update bringt. Nope. Die hier bringt ein Update für mich. Aber für dich auch wahrscheinlich, oder? Dann nehme ich die mal. Okay, mal ausrüsten. Wer war das? Die da. Sehr gut. Passt. Okay. Okay, hier ist Dead End, ne? Oder kann man hier drüber springen? Ah, hier kann man. Okay, ja, ist klar. Was, du wurdest angespuckt? Von der Spinne her. Widerlich. War das nicht der Torwächter? Ja. Ja. Jawohl. Haben wir denn hier schon alles erledigt? Ah, ist das jetzt hier ein Ausgang? Ich glaube schon, da geht's in eine andere Map. Ja, das ist ja doof. Ich glaube, oder obwohl das von der Ellie haben wir jetzt schon nebenbei gemacht. The Forest. Ja, da gab's dann nur noch die Hauptmission. Alles klar. Gut. Dann können wir ja gehen. Was macht der denn da? Er liest uns was vor. Klingt eklig. Das klingt ja so ekelhaft. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz leicht. Wir müssen hier durch so ein Camp, durch so ein Ogre-Camp. Und da drüben, wo es rot leuchtet, da müssen wir dann hin. Wo, was können die denn nicht? Feuer? Oder? Die Ogre. Ja. Das ist rohisch. Ich nehme mir einfach meine Shopgun. Das wird schon... Ah, das sind Orgs, keine Ogre. Das ist sehr gut. Ich hau euch alle aus den Socken. Bon, bon, bon. Und da kommt schon der erste Circle. Ein richtig harter Worte. Uah. Nicht aufhören. Ich muss dir unbedingt ein extra anbauen. Nur für High Five. Oh, man. Was läuft denn da von der grüne Suppe runter? Vielen Dank. Sehr gerne. Okay, schauen wir mal, ob wir uns hier noch durcharbeiten können. Wow. Oh, Klappe. Oh, oh. Oh. Harte Pocken. Aber ich sehe so aus, als ob der dich nicht mag. Oder der mag nicht. Und weiß es nur nicht besser auszudrücken. Wir werden es nie erfahren. Hm, hm. Ich habe mich entschieden, dass dieses Geheimnis mit ihm sterben muss. Oh, Krieger. Ja, ja. Stör mich nicht, wenn ich Kisten aufmache. Das ist sehr unhöflich. Böser Org-Krieger. Böser, böser Org-Krieger. Was schießt denn jetzt? Was wollt ihr denn alle? Der da oben. Oh. Der habe ich auch gebracht. Ich bin wieder da. Ich hoffe, es reicht noch. Ich hoffe, es reicht noch. Yes. Dankeschön. Bitteschön. Oh, oh, Baron von Org. Ganz, ganz böse. Level 35. Da haben wir keine Chance. Gegen den. Der ist zu stark. Der hat auch ein Totenkopf-Symbol. Also da haben wir gar keine Chance, den Platz zu machen. Also zumindest jetzt nicht. Der hilft eigentlich nur durchrennen. Nein, lass mich doch durch. Naja, der macht dich auch kaputt wahrscheinlich. Ja, aber ich habe ja den Death Trip. Das hat nicht geklappt. Verdammt. Okay, dann halte ich halt mal X zum Aufgeben. Mal sehen, wo man rauskommt. Es müsste aber nicht so weit weg sein. Aber wir haben eh schon wieder fast 20 Minuten. Und wir haben halt an der Stelle auf. Total enttäuscht. Oh Mann, ey. Dass das nicht funktioniert hat. Das war aber übel. Übel, übel. Ja, ich glaube, mit dem sollten wir uns einfach nichts anlegen. Nein. Das sollte man vielleicht einfach durchrennen. Aber das war jetzt zu spät und kann man nicht mehr weg da. Nee. Müssen wir irgendwie gleich anders gehen. Also wir müssen, man sieht ihn ja jetzt schon wieder, der unten läuft da rum, versuchen irgendwie dem aus dem Weg zu gehen. Und wir müssen darüber, bist du da? Ja. Darüber, wo es rot leuchtet, da gibt es die Blutfrüchte. Okay, dann versuchen wir vielleicht im nächsten Part uns ganz rechts zu halten. Wenn das klappt. Ja, halt gleich hier runterspringen irgendwie und halt dem aus dem Weg gehen. Ja. Weil wenn der wieder angreift, das endet nicht gut für uns. Nein. Aber das alles machen wir im nächsten Teil. Ja, und da haben wir schon einiges vor. Absolut. Ich freue mich drauf. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.